zwei sachen sogar zwei sachen sogar einmal ob wenn ich jeden teleporter springe ich genau daraus kam wo wir eben rausgesprungen sind zweitens ob wir dann sofort wieder hier her zurückspringen ich hier wieder gegner spawnen also erster test viele schlagen hinter okay das ist machbar na kam schaden töten töten ach wir sind jetzt in dem würfel drinnen das ist ja geil da kommen wir nicht ran da gehen wir ran also wo ist norden wir fangen mit norden an nie ohne seife waschen so gehen wir immer um norden norden kommen wir da raus wo vorher nie hinkam richtig hier sind ziemlich viele augen so ein zwei von den ganz kleinen weghauen dann wieder raus drei haben wir schon mal hier haben wir schon mal der ist zu weit oben warum kommt man durch den durchlaufen fünf haben wir schon mal litsche und wahnsinn und tod und verderben kommt wenigstens ein litsch noch litsch noch das tod so raus 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 kraftteilung keiner hat irgendeinen statuseffekt der ihn langfristig hindert was uns am schlafen hindern würde hallo weg was steht hier steht die feuerroute glut wird den weg weisen ok ok was du bist nur noch gedrückt ja bist du ok feuerroute glut wird den weg weisen ich will eigentlich nur schlafen hier sind ogre die machen dieses hunger geräusch jo und es sind ein paar mehr da hau 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 so und so sind ja alle tot trug gott gott patnik du gifteilen so das ist jetzt der wehrgang Film über dem Rückseite des Wehrgangs mit Blick auf die Augen. Im Gegensatz zu dem anderen Wehrgang, der halt nach hier innen zeigt, wo der Teleporter ist. Au, au, was? Du. So. Ich würde ganz gerne schlafen. Wir sind schon wieder hier. Eine Stunde. So, du. Geteiltes Leben. Na, das ging nicht. Lay. Hör auf zu starren. Kraftheilung. Stunde, 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 Stunde. Du. Kraftheilung. Stunde, 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 Stunde. Warum ist es jetzt plötzlich sicher, hier zu schlafen? Schlafen. Danke. Sehr gut. Wurde den Gegner wahrscheinlich zu langweilig, uns zu campen. Also. Genau. Wenn wir hier hochgehen, kommen wir auf die Rückseite des Wehrgangs zu den Augen hin. Das heißt, du machst jetzt den da. Und dann springen wir da gleich einfach wieder runter. Töten wieder ein, zwei, drei von den kleinen Augen. Und vielleicht noch einen Litsch. Verziehen uns wieder und wiederholen das Ganze so lange, bis die alle tot sind. Alternativ könnte ich versuchen, mich in irgendeine Ecke zu stellen und Prismenfeuer und Inferno zu sprechen. Haken dabei ist allerdings, das mache ich im Rundenbasierender Modus, damit ich alle treffe. Und die können uns dann alle treffen. Was nicht sehr gut klingt. Also mache ich, glaube ich, lieber die Guerillataktik. Alli, hopps. Alli. Komm schon. Warum? Debuffed K.O. Sehr gut. Da sind die Litsche. Gebot. Gebot. Ah, sie ist wach. Also, zwei Litsche. Komm, komm, komm. Ein Auge. Zwei Augen. Das war ein One-Hit. Zwei Litsche, zwei Augen. Zwei Litsche, drei Augen. Litsch-Lot dauert eine Weile. 3 zu 3. 4 zu 3. Ja, es läuft richtig gut. Das werden wir nicht allzu häufig machen müssen. Ich glaube, wir sind jetzt schon oder gleich durch? Komm, 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 komm. Den da. Weg. So. Ruhe. Gut. Geschafft. Sehr schön. Nächster Bereich, der Burg gesichert. Das könnte jetzt fast schon wieder ein Level-Up sein, ne? Warum werden wir... Augen zusammen, Kneif? Wo ist hier ein Gegner? Ich sehe hier kein Gegner. Hm. Also ich sehe da hinten blaue Sachen, aber da kommen wir nicht ran. Achso, das war nur einer von den ganzen Fallen hier. Na gut. Da ist noch ein Augen. Da ist noch ein Augen. Und ein anderes hat sich im Hauptraum versteckt. Sollten wir auch gleich töten. Genau, du. Da kommen wir jetzt nicht ran, weil wir auf der anderen Seite stecken. Nein. Äh... Gut, töten. Sind wir nicht gerade eben hier schon gewesen? Es war nix da. Sehr kurios, sehr kurios. So, du bist kaputt. Du bist zu weit oben. Das würde ein Problem sein. Ich müsste mir also mit Pfeil und Bogen runterschießen. Ah, okay. Du hast noch Zauberpunkte. Lay hätte auch noch was, aber... Die hat keinen ordentlichen Schaden an ihm. Komm schon. Jetzt rächt es sich, dass unsere Schützin keine Schützin ist, ne? Ah. Bogenkontakt. Kapatt. Reparieren, reparieren, reparieren. Noch irgendwas zum reparieren? Nö. Gut. Versuchen, irgendwo zu rasten. Hier zum Beispiel. Ah. Ah. Und die waren wahnsinnig. Und du kannst jetzt den wahnsinnig mehr heilen, weil es zu spät ist und das Ganze schon wieder... Stadtportal. Neues abgegangen. Werden sich auch wundern. Warum zum Geier kommen immer wieder diese wahnsinnigen Helden zu uns? Na gut, sie kriegen jedes Mal Gold für die Heilung. Und eine Spende. Also werden sie nicht wirklich Fragen stellen. Das ist schon in Ordnung. So. Level up. Ja oder nein? Nein. Ist das noch weit hin? 13.500. Geht so. Geht so. Du. Zurückrufen nach Burgdark nur. Du Stunde Kraft. Du Tag des Schutzes. Und wo sind wir eigentlich gerade? Wo ist der Wegpunkt? Ah. Oh. Die rote Glut wird den Weg weisen. Ähm. Kein Moment. So. Der Weg ist frei. Was? Jetzt ist irgendwo was aufgegangen? Ich glaube das hier ist aufgegangen, weil da sind wir vorher drüber gesprungen. Äh. Ja. Das ignorieren wir jetzt mal. Plot hole und so. So. Ich höre Gegner. Massen. Da. Auge. Weg bevor ihr die barft. Weg bevor ihr die barft. Na. Hat schon Talana. Hau. 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 Du. Das da. Du bist noch nicht rot geworden. Muss ich dir alle auf rot jetzt stellen? Das kann problematisch werden. Die fliegen schon wieder hoch, die Doven. Komm, komm. Die müssen wir knacken. Sonst war das Ganze jetzt umsonst. Komm, 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 komm. Sieh nichts mehr. Ah. Einer ist tot. Der ist viel zu wenig angeschlagen. Okay. So. Kleine Gegner, kleine Gegner, kleine Gegner. Genau. Heilen, töten, heilen, töten, heilen, töten. Groß Lich tot. Da ist noch ein Lich. Oh, aber gleich ein Lich-Lord. Okay. Hau, 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 hau. Okay, geben wir uns heute weg. Test Nummer zwei, Test Nummer zwei. Und ich glaube, der Test hat funktioniert. Also Test Nummer zwei war, wir springen durch den Teleporter zurück und gucken, ob hier Gegner spawnen. Aber nee, das ist nur der eine, den wir letztens übersehen hatten. Äh, Jungs. Gut. Es waren 80.000 Gold. Ich wollte die nicht gleich so instant verlieren. Wacht nicht unsere Lehne mal alleine auf? Minus elf. Minus elf, nö, tut sie nicht. Jo, Gerogon, ich glaube, dann hast du ein Problem. Okay, wir müssen die Damen nämlich abermals da hin. Und wieder spenden. Spenden könnten wir eigentlich langsam lassen, aber es hat sich so eingebürgert. Muss ja nicht so viel sein, ne? Du bringst uns zurück nach Burg Darkmore. Du reparierst dich, du reparierst dich. Du machst schon mit der Kraft, du machst Taktisch Schutzes. Wir gucken abermals, wo wir sind. Hauptraum, ne? Äh, falsch abgebogen. Da. Der Weg ist offen. Der Weg zu der Burg in der Burg. Hier war das. Äh, nein, hier war das nicht. Norden? Osten, Süden? Norden, Norden, okay. Da ist die Burg in der Burg. Das heißt, du machst hier bitte mal ein neues Leuchtfeuer. Wenn wir das nicht jedes Mal suchen müssen. Und da war doch einiges an Gegner noch drin. Aber wir kriegen immer ein, zwei rausgepickt. Und mit jedem Lauf wird dann der nächste Lauf auch einfacher. Und wir kriegen mehr getötet. Das dürfte langsam hinhauen. So, kleine Augen zuerst. Nicht durchs Durchfliegen töten. So, Brot. Litche. Brot. Litchlord ist ein Problem. Litchlord ist tot. Brot. Komm, 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 komm. So, Litchlord ist tot. Da sind noch zähere Augen. Litch. Litchlord ist tot. Kleines Auge. Brot. Noch ein kleines Auge. Ja, kaputt. Okay, du heilst jetzt sofort deinen Irrsinn. Und läufst in Sicherheit. Genau. Warum ist da schon wieder ein Auge? Die kommen echt überall hin. So, du Irrsinn heil. Ja. War doch ein Auge, oder? Ne, jetzt sehe ich schon Sachen. Äh, schlafen. Schlafen. Alle sind gut. Gut. Stunden der Kraft. Tag des Schutzes. Glückwärtsgang. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ist alles machbar. Du, Dina. Dankeschön. estado. esto. Das kriegen wir hin. không? Ja, radas hi spr�י. Vielen Dank.